Papst Franziskus tate schon wieder bei einem interreligiösen Treffen, sagte er, alle Religionen seien inspiriert von Gott. Vor kurzem sagte er erst bei seiner Südostasienreise, dass alle Religionen ein Weg zu Gott seien. Dieser absolute Ökumenismus im Geiste von Assisi, wie er selber sagte. Der Geist von Assisi, was meint er damit? Das sind diese interreligiösen Treffen, wo Rabbiner, Imame, buddhistische, hinduistische, geistliche, nennen sie mal geistliche und der Papst gemeinsam mit orthodoxen Protestanten, also wirklich alles zusammen gemischt, gemeinsam beten. Jeder betet zu seinem eigenen Gott, aber das ist natürlich alles nur der Wegbereiter zur Einheitsreligion. Alle beten gemeinsam zu ihrem Gott. Natürlich schon fast amüsant, dass dort der Imam neben dem Papst, ich weiß nicht, ob es Papst Johannes Paul II. oder Papst Benedikt XVI. war, ein islamisches Gebet gebetet hat, wo er sagte, dass Jesus nicht der Sohn Gottes sei oder gegen die Trinität, ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja viele islamische Gebete, wie zum Beispiel, Aller möge die Juden und Christen verfluchen und so weiter. Und dann wird da gemeinsam gebetet, jeder zu seinem eigenen Gott, das wird natürlich nochmal betont, aber wir wissen natürlich ganz genau, was der Geist von Assisi ist. Und in diesem Geist hat Papst Franziskus wieder mal gesagt, alle Religionen seien von Gott inspiriert, obwohl sie sich alle komplett gegenüberstehen, entgegenstehen. Wie kann das sein? Licht und Finsternis haben doch keine Gemeinschaft. Jesus, Christus und Belial haben keine Gemeinschaft. Und wehe denen, die Licht zu Finsternis und Finsternis zu Licht machen. Es wäre schöner, wenn Papst Franziskus nicht im Geiste von Assisi, sondern im Heiligen Geiste handeln würde. Und den Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche, welcher leider beim Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegeben wurde, das muss man einfach so sagen, diesen Absolutheitsanspruch wieder betonen würde, indem er sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, nur durch ihn. Und die Kirche, die katholische Kirche, das Haus Gottes, ist Säule und Fundament der Wahrheit. 1. Timotheus 3,15, denn sie hat die Bindegewalt. Der Papst hat die Bindegewalt. Petrus, was du auf Erden binden, wirst du dem Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen, wirst du dem Himmel gelöst sein. Das ist auch die Unfehlbarkeit des Papstes, aber nicht im alltäglichen Geschäft. Wenn er sowas sagt, das ist bestimmt nicht unfehlbar, sondern nur, wenn er ein Dogma ausruft. Das hat ganz bestimmte Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Also, wenn Papst Franziskus sowas sagt, wir müssen kein Gehorsam leisten. Dieser Ultragehorsam ist schädlich, ist Gift für die Kirche und gefährdet erheblich das Heil der Seelen. Denn wenn der Papst was Falsches sagt, dann müssen wir dem widerstehen. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand und das fordert die Wahrheit. Und der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Auch wenn Papst Franziskus meint, alle anderen Religionen, die dem Herrn sogar feindlich gegenüberstehen. Denn Christen sind die weltweit größte verfolgte religiöse Gruppe. Seien inspiriert von Gott. Das müssen wir nicht akzeptieren. Dem müssen wir widerstehen. Das müssen wir auch wirklich beim Namen nennen. Nein, nicht alle Religionen sind inspiriert von Gott, sondern die katholische Religion ist der Weg zu Gott. Das müssen wir nicht akzeptieren. Das müssen wir nicht akzeptieren. Vielen Dank.